Das Mondlicht scheint manch einen ganz besonders zu faszinieren. Aber was steckt eigentlich dahinter? In diesem Video geht es um Lichtquellen und Lichtempfänger. Lichtquellen gibt es viele. Für uns auf der Erde ist die Sonne die wichtigste Lichtquelle. Daneben gibt es zum Beispiel noch die Sterne, Blitze und Glühwürmchen. All diese Lichtquellen kommen in der Natur vor und werden deshalb natürliche Lichtquellen genannt. Andere Lichtquellen wie Glühlampen, Leuchtstoffröhren, LEDs oder auch Feuerwerk wurden vom Menschen gemacht und werden deshalb künstliche Lichtquellen genannt. Lichtquellen senden Licht aus. Deshalb können wir sie sehen. Dazu nutzen wir unseren Lichtempfänger. Das Auge. Aber wir sehen nicht nur Dinge, die selbst leuchten, sondern auch alles, was von einer Lichtquelle angeleuchtet wird. Das funktioniert so. Das Licht, das von einer Lichtquelle, hier als Kreuz dargestellt, ausgeht, trifft auf unser Auge. Es trifft aber auch auf andere Objekte im Raum, zum Beispiel auf eine Katze. Von der Oberfläche der Katze wird das Licht reflektiert. Wenn das reflektierte Licht nun auf unser Auge trifft, können wir die Katze sehen. Der Weg des Lichts von der Lichtquelle zur Katze und von dort zu unserem Auge darf also nicht verstellt sein, sonst ist die Katze für uns nicht sichtbar. Wie hell du einen Gegenstand, in der Physik sagen wir ganz allgemein Körper, sehen kannst, hängt davon ab, wie viel Licht auf diesen trifft. Und wie viel von diesem Licht in deine Richtung reflektiert wird, sodass dein Auge es wahrnehmen kann. Weiße Körper kannst du zum Beispiel auch bei wenig Licht noch ganz gut erkennen, weil sie viel mehr von dem schwachen Licht reflektieren als Körper mit dunklen Farben. Ein Körper kann sogar so viel Licht reflektieren, dass es aussieht, als ob er selbst leuchten würde. Dieser Effekt führt dazu, dass Schmuck so schön glänzt oder der Mond so hell scheint, obwohl er nur von der Sonne angestrahlt wird. Fassen wir zusammen. Es gibt natürliche Lichtquellen und künstliche Lichtquellen. Diese senden Licht aus, das von einem Lichtempfänger, zum Beispiel unserem Auge, wahrgenommen werden kann. Wir können andere Körper sehen, wenn wir Licht, das von diesen reflektiert wird, wahrnehmen. Je mehr Licht von einem Körper reflektiert wird und unser Auge erreicht, desto heller sehen wir diesen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Vollmond am Nachthimmel, der das Licht der Sonne reflektiert. Ja, richtig gehört. Das Mondlicht ist nur das reflektierte Licht der Sonne. Deshalb kann das mit deiner Verwandlung gar nicht funktionieren. Und dich gibt's gar nicht.